Geil. Gehen wir gar nicht. So. So. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Division Nummer 5. Wieder dabei. Der Rächer, der Stecher. Mike? Prinz von Oral, hallo, ja. Wir haben in der letzten... Was haben wir letztes Mal gemacht? Ah, den Times Square, wenn wir mit Strom befeuert. Ja, das war unterhaltsam. Alter, was hast du da für Pumpen in der Hand? Ja, geile Pumpen. Okay, wie sieht böse aus? Ja, ich hätte aber gern, wie gesagt... Ich hab ne geschissen Sekundär. Ich bräuchte eigentlich jetzt das wieder ne gescheitete Ding. Aber die SVD ist gut, wie wir sie jetzt haben. Wohin gehen wir jetzt? Ich würde sagen, wir arbeiten jetzt wieder mal zum Norden durch. Denn weiter im Norden gibt's für dich eine... ...einen Einsatz. Ja, gehen wir schon mit 14. Aber, guck mal. Unten, guck mal in Süden, da ist ein Kampf. Grün. Der bringt uns was. Die 60, komm, machen wir gleich so ne Hauptmission. Echt? Gibt 500. Na ja, dann. Aber auf dem Weg nach oben können wir ja den hier noch mitnehmen, den da. Ja, das können wir machen. Den, den können wir machen. Ja, dann. Haaa. Haaa. 170 Meter, hua. Locker. So. Ich will was von mir. Die wünschen. Hier ist dein Wasser. Hm. Oh yeah, neue Jeans bekommen. Haaa. Oh, urbohrisch Hells. Nur am Saufen der Kerke. Haaa. Ding. Hui. Was hast du zu, hast du jetzt neue Waffe geregt, ne? Ja, die Taumkorn. Ja. Ach, die da oben reden, schau. Ich zweiter. Reival euch! Haaa. Ja. Michi will man nicht als Nachbarn. Lauf! An alle JTF Einladen bei Pan Plaza. Wir brauchen ein Bergungsteam bei Kermans in der 34. West. Zivile Geiseln vor Ort. Oh, es kommt immer mehr Scharfspitzen. Ist schon mal aufgefallen? Ja. Ja, aber die... Okay. Hast du die ja schon? Ja. Und die waren Level 8, äh, Level 8, oder ich bin Level 13. Mit dem mache ich kurzen Prozess. Das schlechte war, muss das mal einfach. Wir müssen immer uns untersuchen. Dafür gibt es halt auch nur Schwachsins-Zeug, ne? Ja, aber XP ist XP. Äh, was habe ich denn hier? Feuer, Geschwindigkeit, SVD. Nee, nope. Nope. Na, bitteschön. Weißt du, was der Witz ist? Mein Magazin, ne? Ich habe so ein mega, äh, Magazin-Ding, ne? Es gab genug Tote. Äh, ein mega, wie sagt man dazu? Ein mega spezielles Magazin. Das gibt mir 30, 35 Prozent Munitionsgröße. Jetzt halte ich fest. Das sind bei 11 Schuss, aber leider nur 2 Schuss. Das heißt, ich habe es 13 Schuss, gell? Das ist scheiße, ne? Weißt du, das würde bei dir wahrscheinlich 30 oder 40 Schuss machen. Oder hast du das hier in dem Eck gesehen? Nee, noch nicht. Ich bin noch nicht reingegangen. Äh, ja, das ist ein Loot. Das ist aber Balllands, und wenn du schon einen Pumpgun hast mit 3 Schuss, und du schießt 2 Schuss auf einmal, dann kannst du eh noch jeden nachladen. Oh ja, hier im Ecksee. Ja, sehr scho- Oh, der... Ja, na ja, ne SMG. Aber auch Level 13, oder so. Ich habe Level 8 bekommen. So. Äh, wo muss ich eigentlich hin? Ja, genau, wollte ich auch jetzt schauen. Hm. Aber nicht geradeaus. Außer wir gehen kurz einen Abstecher nach rechts, und dann geradeaus hoch. Was gibt's da für eines? Hm. In... 200 Meter grüne Mission. Aber das war doch östlich, oder wie? Ja. Ah, das ist scharf, das ist ein kleiner Umweg. Ey, 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 ey. Du tust, als wenn du selber laufen müsstest du. Oh, scheiße! Ja, so. Ich schieße durch den Zaun, die Penner. pumpst du die weg da sind wir doch schon nicht angezeigt das spart mir die munition für die andere low-level spaß dies ach scheiße das wollte ich doch gar nicht Pistol was haben die gezockt was haben die ach gott da waren wir schon Satelliten bilder zeigen eine ungewöhnliche hitzeentwicklung im Quarantänebereich in der 36 das labor meint es könnte ein mutiertes virus sein ein gefahrgut team muss den bereich scannen sie betreten jetzt kontaminiertes gebiet ok was heißt es alarm ja es soll vorsicht sein müssen weiter hier oben vielleicht gibt es etwas noch wie heißt es hier suchen aktivieren sie vielen scanner aber oder noch kurz mensch 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 das ist aber nicht gesund aus ja überall arschlöcher eingeleitet verlassen des kontaminierten gebiets nichts tun müssen davon aus hier nach rechts bei der reihe wahrscheinlich und dann wieder nach unten hoch oder hoch hochladen heißt es hier geht es nicht raus wir müssen hinter ja ich komme zu dir wir müssen uns sogar beeilen weil das das ist ein arschlöcher ja das kümmern ich mache keinen damage ich mache keinen damage deshalb nehme ich mal die hier das kümmern das kümmern das kümmern das kümmern Oh, was? Wo kommst du denn her? Du bist ja ein... War hier hinten auch was? Nee. Nix. Aber hier oben war was, ja? Hier. Geh mal hier rechts hoch, da. Und dann hinter diesem Schornstein. Jetzt links. Ah ja, sehr schön. Der grüne MG aber natürlich levelmäßigsten. Okay. Oho. Äh. Hier ist ja aber auch lustig. Okay. Ähm. Hier unter zu springen, glaube ich, ist... Au! Ja. Geht. Hast du eine Abkürzung genommen, hä? Äh, ja. Unfall will ich. Ah, willst du, ey? Kann ich nicht unterspringen. Wie kommt der mich hier runter? Wie geht's schnell? So. Ah. Will auch runterspringen, wenn wir tun. Er lässt mich nicht. Ah, ich will hier nicht sein. Wo zur Hölle bist du eigentlich? Genau, auf dem Dach. Ich komme nicht runter, weil ich so ein Lellek bin. Was bist du? Ein Lellek. Äh, ich habe Freunde gefunden. Das ist du. Echt? Ich habe Freunde hier. Ja. Die wollen irgendeinen Typen anscheinend plündern. Ja, da bist du doch. Hey, ich bin ja mal ausgelaufen. Wo ich die Leute sehe. Ja, da hinten. Aber die pump ich jetzt, ey. Ja, man. Pump sie. Pass auf. Boah. Zwei Schuss. Okay. Ohne nachzuladen. Sie hat fünf Schuss automatisch drin. Dann leck mich am Arsch. Okay. Ja. So. Geradeaus. Geisthaltung 50, äh, 500 Meter. Hm. Ein paar coole Sachen lohnt es sich. Äh, auf dem Weg sind ein paar Spastis. Das werden wir gleich ändern. Und zwar. Ja. Warte, ich habe was Schönes für die. Okay. Hä, 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 hä. Sind die da vorne? Können die zu uns? Freund. Bitte, Freund oder Feind? Ich glaube, Freund. Freund, sie will es dir was von mir. Ist doch nicht lustig. Wollen sie was, Ma'am? Hier können sie in der Anweskonserve. Das vergesse ich nicht. Joa. Der Rucksack. Katzenfutter. Oh Gott, ey. Weißt du was? Weißt du so Katzenfutter, was aus Katzen gemacht wurde, oder? Ja. Warum heißt es auch Babyöl? Natürlich. Da werden Babys ausgefringt. Die, was halt nicht ganz durch waren. Ich bin nützlich für irgendwas. Alter, wie viele Hunde hier rumlaufen. Weil es werden plötzlich alle Hunde ausgebüxt werden, Alter. Und es sind die einzigen, die nicht befallen sind von dem Virus. Ja. Vielleicht geht es nicht mal auf den Menschen, lieber. Ich weiß, dass du sie hast. Ah ja. Da ist sie. Schussbunker. Ohne Nähe. Ah. Ich höre Berichte von einer Geiselnahme in House Kitchen auf der 42. West. Wir brauchen dringend Hilfe. Oh mich, die Level 13 sind die. Achso. Dann hab ich was Schönes für die. Ja. Jetzt werden wir mal zum Testen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist jetzt in Bambach. Wow. Hey, Rang hat sich die Weste geknommen. Kommen euch schon die Tränen. Flam, 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 flam. Flam, 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 flam. doch weil du es den brandschaden macht du hast ihn angezündet und dann ist das kapiert mich ein lilaner raketenwerfer typ sich das hat richtig aber was schießt denn der bischen wenn da ein raketenwerfer symbol drauf ist er hat eigentlich schweres mg zum beispiel ok das heißt nicht eine rakete das heißt einfach schweres eigentlich mal schwere Waffen ok na dann ja diese m60 ich seh den nicht hier am arsch und er hat nichts gedroppt was bist du das für ein scheißer so ja was ist das gewesen bereich nach schlüssel absuchen ok ich schau mal hier vom lkw oder irgendwo hier so scheißhaus hmmm hmmm wenn ich ein schlüssel wäre wo würde ich mich verstecken so ich glaube wir ich glaube wir mit dem spaß die mit dem grönen wo aha aha ja das stimmt also angezeigt dass du näher kommst dann die ganze sache oh man was los ich habe hier einen illegal einwanderer das mexikaner ist sicher am bad schon wenn das der trump wüsste du hast eine schüssel und ich mache auf wachsinn ja ich habe ihn dir zugeworfen sehr klar oh michi das tut wir schicken begleitschutz um die leute nach hause zu bringen ok ich habe was für dich das ist glaube ich deins die kampfmaske habe ich auch bekommen boah ich muss mal kurz den ganzen shit mal angucken boah shit alter eine m60 maschinengewehr das hat bei mir schon 4400 schaden so dann guck mal ob du das bauen kannst oh ich habe auch ein bestes holster gefunden ja das ist natürlich dann schön wo ist sie da ist sie guck dir den scheiß mal an das ist aber schlechter als meine waffen echt ja du hast nicht vergessen dass du mehr schussschaden hast dann wird es auch als mehr schaden angezeigt na gut oh god was ist das für eine smg habe ich so eine hand bei dir gar nicht nein ok weißt du jetzt oh das sieht für mich nach einer cz 75 aus ja ich jetzt bohrmaschinen hier oh schau her wo sind wir hier sind wir dann direkt wir haben herausgefunden wo er wohnt in diese wohnkomplexe house kitchen sie müssen da rein und alles sichern was eine verbindung bestätigen könnte oh mich hier ist ja wir sind ein paar kollegas die müssen wir nur mitnehmen aber weil es ja nie einfach sein kann gibt es da auch noch zivilisten und das bedeutet die cleaners sind unterwegs um alles zu sterilisieren wenn amherst nicht der richtige ist fress ich meine zentrifuge also wollte mich verarschen wir können die zivilisten nicht ignorieren Doktor wir können die zivilisten nicht ignorieren wir können die zivilisten nicht entschlüsseln bleiben keine zivilisten zur rettung übrig ja die range ist nicht so besonders ja aber das ding fackelt die leute schon ab wenn die halt einmal angezogen sind sterben sie weil sie dann am brand verrechen das ist das geile halt ja oh mich hier kein loot gar nichts nope enttäuschend so ja stimmt in die andere Richtung ja oh man da steig ich einmal auf so'n scheiß Auto drauf ja und schon ja wer red da ah die da vorne Zentrale an Division wir erwarten einen Hilfsgüterabwurf am Spielplatz in der 43. West wir könnten ihre Hilfe brauchen uuuuuh die machen damage zeig mein Köpfchen ich bräuchte mal wieder Munition und zwar dringendst Warnung Feindkraft näher in sich ja komm wollt ihr mich jetzt echt verarschen ja sie haben es echt rund aus ja es blut sie ja keine keine nachher ja 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 oh man 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 fahrs komm mal her Juru Warnung Feindkraft näher an sich ja ok jetzt gehts hier aber langsam ab ich denke dass man eine aktuelle Pistole oh ja oh ho ho ha 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 er hätte mir einen Schatz tschüss tschüss so jetzt er hier Oh ja, nix oder? Ja, XP halt. Gibt's hier Munition? Ne, was ist das hier? Arbeitsschoner, oh ja toll. So, also deine MG, die MG... Nicht? Magazin Schnellwechsel, 5% Nachladetempo. Dann haben wir hier... Ne, Schrott. Was haben wir hier? Rucksack. Schrott. Was haben wir hier? Handschuhe. Äh, ja. Ballistische Handschuhe. Na ja, komm. Neue Fähigkeiten... Echt? Haben wir? Ne, haben wir nicht. Vorteile? Wir sind Level 13, so. Äh, ah, das ist noch gar nicht die Mission, Michi. Das war gar nicht die Hauptmission. Glaubst du, dass das eine Hauptmission gewesen ist? Ja, ich dachte, dass das diese fette Mission war. Das ist viel zu kurz, da muss ja schon ein bisschen mehr kommen. Keine Bedrohung? Hm. Was ist dann der hier? Ah, okay. Ich hab 20 Munition, das ist nicht gut. Oh ja, der war... Oh ja, der war... War nett, oder? Ah, warte mal kurz, hab ich was... Michi? Hier liegt irgendwo was. Liegt irgendwo was? Äh, ja. Aber wie komm ich da hin? Ne, Munition gibt's irgendwo. Ach so, ich hab hier... Ich geh auf dem Dach. So ein Scheißdreck. Na super, das ist ja gar keine Munition. Oh, wow. Ja. Wurzelt, du bist du... Geh, jetzt mal einfach... Wenn du zurückgehen würdest, dann... Ja. ...dann die Seitengasse rein. Hey! Hier sind jetzt schon viel zu viel Leute! Aber zurück! Genug! Das ist ein Handy gewesen. Ja, jetzt hol ich mir. Da ist ein Echo. Lauf mal weiter, da ist ein Echo Michi. Ja. Einfach geradeaus. Dann merkst du das schon. Wo ist dieses Handy? Äh, die muss die Seitengasse rechts dann von dir. Ja. Und dann einfach geradeaus. Dann merkst du das schon. Ein Echo, sagst du. 911, um welchen Notfall geht es? Ja, hallo? Ich bin an der 21st East. Äh, 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 Third Avenue. Meine Freundin ist krank. Äh, äh, Grippe oder sowas. Sie ist zusammengebrochen und steht nicht mehr auf. Atmet sie noch? Ich, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Ihre Stirn ist ganz heiß. Sie ist blass und verschwitzt. Okay, achten Sie darauf, dass sie auf der Seite liegt. Okay. Ja, tut sie. Können Sie... Können Sie einen Krankenwagen schicken oder so? Sobald wir können. Wir haben ungewöhnlich viele Anrufe in den letzten Tagen, aber wir kommen so schnell wie möglich. Bleiben Sie bei Ihrer Freundin und warten Sie auf uns. Interessant. Und was haben Sie sehr kurz gebracht? Nix, oder? Ja, dass ich die Menschlichkeit auseinander möchte. Außer Echo Fresh. Oh. Danke. Das war sehr nett von Ihnen. Wow, Alter, was da ist? Aufploppt, Dr. Karte. Mhm. Lauter Scheiß. Das sieht mir hier nur noch nach, äh... Ich folge dir. Ja. Solche Scheiß-Zeitengassen. Das sieht mir eher nach Loot aus. Ah... Natürlich. Oh, ich höre ein Handy. Hm? Hinterwegs? Ja, hab's. Drittes Revier. Detective Mercy am Apparat. Wie ich höre, suchen Sie mich, Detective. Verfolgt ihn. Warum rufen Sie mich an? Weil ich Sie gern im Kreis laufen sehe. Wir schnappen Sie. Hahahaha. Stellen Sie sich darauf ein. Lauf, lauf, so schnell du kannst. Ja, wo ist es worden? Nicht kriegst du nicht. Das ist ja lustig. Ja, das Telefon gehört einem 15-jährigen in Hackensack. Noch so ein Möchtegern, der als Trittbrettfahrer berühmt werden will. Das ist ein alter Hut. Okay. Ähm, Michi? Schau dir mal, was fällt dir an diesen Autos auf? Mal kurz. Okay, schade. Ja, noch mal was? Was fällt dir an den Autos auf? Die haben einen neuen Lack bekommen. Ja, ich glaube auch. Nicht geil. Gehält mir der Look. Oh, und wusste ich doch, die Arschlöcher können nicht so weit sein. Mhm. Dann kümmern wir uns um das doch hier, oder? Ja. Ja, hier ist ein bisschen unschön aus. Keine Ahnung, dass diese Tank-LKW wie dieser hier reingekracht ist. Und ein bisschen Bumm gemacht hat. Ich habe eine angezündet. Ja. Am besten sie gehen von hier. Oh, da ist noch eine Kerze. Ich brauche zwei Schüsse auf die Kerze, dann leuchtet sie. Oh. Schade. Ach. 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 AHAHAHAHA Grenade! Oh shit! Who the fuck? Oh mein Gott! Wie nah ist denn der? Der ist jetzt weit weg Ganz anders Scheiß weiter Was wollten die jetzt hier verteidigen so unbedingt? Alter ich brauch scheiß Mulzorn Wuiiii! Hier wurde Barbecue gemacht AHAHAHAHA AHAHAHAHA Die sind sogar noch knusprig und warm Fingerfood? Ich hör irgendjemanden Ja hier ist ein Rucksack Aber hier war voll Ähm Eine Feuerwehrzentrale? Ah wir müssen hier rein Du gehst vor Ja ja Die haben noch nicht alles abgefackelt Gott sei dank Ich würde gern mal mit einem dieser Cleaners reden Teils um rauszufinden wie sie ticken Und teils um ihn ganz langsam zu erinnern Ja, fang so ein Arschloch lebend So ein Flammenarsch Wo zur Hölle gehst du? Wollen wir denn rum gucken? Was gibts denn da? Äh Nichts von Wert, schade Äh Michi, was war das? Ja, ich bin jetzt im nächsten Vorhof Doch Fahr doch nicht Wir müssen aber hier durch die Wohnung durch Kannst du auch machen Bin schon am Dach Das Problem ist Ja Ja Äh Ich scheiß mir in die Hose, weil Okay, hab ich gesehen Hier auch immer Alter, hier liegen lauter Leichen rum Oh, gib mir rein zur Ausfuhr Oh, oh Zulang die nichts rein, kommt sie mir Hallo Oh Ich glaube Ich komm mal mit dir Aua Oh Ich hab Aua bekommen Ist da ein Scharfschütze dabei irgendwo? Wenn wir uns gleich rausfinden Erstmal krieg ich zu dir voller Elend Er leckt mich doch am Arsch Bleibt da am Eck Arsch Da kommt einer rein Den musst du töten Ja, der macht sich Dankeschön Da seht ihr uns beiden eine Heilung geben Ich hau ab Ja, der ist ein Scharfschütze dabei Der ist ein größerer Ein gelber Ein gelber Hau ab Michi Hau ab Michi Hau ab Komm mal hier Michi, komm mal hier raus Raus mit dir Ich heil dich Warte, warte, warte Warte So, komm mal, wir bleiben mal schön hier Und warte mal, bis einer von Nach dem anderen hier rauskommt Oh, da ist ein ganz, ganz fetter Arsch Wir müssen halt in dem Grün bleiben Das ist das Wichtige Oh, schmeiß das Ding in Michi Schmeiß deine Dinger da rein Hab ich doch schon Okay Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann Ach, du Scheiße Wir werden sowas von sterben Äh, der wirft irgendwas Äh, ja Ich werd drauf gehen Ja, dann lauf ich doch mal weg AHHHHH HAHAHAHA Wer halt nicht Naja, alles cool Der kommt schnell Der kommt schnell Der kommt schnell Michi, der kommt schnell Vorsicht Oh mein Gott Das ist wieder da reingeraten Macht's gut Oh Ein schönes Oh, ein Achtfach Visier Ah, was Er hat mir gar nichts gedroppt Der Wichser Mhmmm Alter, was ist das für ein Arschgeier Er hat mir nichts gedroppt Aber wirklich gar nix Ja, ich schau mal kurz auf was Das kann eigentlich das Visier Und nicht schlecht ich habe wohnung sie ist auf der anderen seite des hofs aber sieht so aus als wäre der direkte weg versperrt sie müssen wir wollen leck mich fett wenn das ist erst der anfang war mich hier dann kannst du vorstellen was was passiert keine ahnung mich am eimer der fette war echt nicht lustig er hat mir mit einer brandbombe instant gedauert ja ich hab's kommen sehen hier rechts alles cool weil hier geht's ja auch weiter wo ich bin oh man toll ich hab ne scheiß weste ob du auf den scheiß bis gleich stärker bekehrt und immerhin ansonsten hieß auch noch was im eck ein rucksack wir wollen nahrungskonserve was da auf der anderen seite ist naja hier ist munitionskiste aber ich bin voll und ansonsten trommelwirbel nichts danke für die treppen hoch wo ist die munitionskiste wo ich stehe na dann oh man ich hasse es eben im häuserkampf das ist nicht meine stärke da vorne geht's ab oh er hat ihn angeflammt ok boah er hat ihn abgefackelt das schwein haha uuuuuh schau mal wie die abgibt immer wie geil und die haben nen schutzanzug musst du überlegen ne wir haben sie wir haben sie geschützt daun ja der lirne ist ein geschützarschloch haha 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 ok der ist tot wie sieht es jetzt mit dem gelben aus was hat der drauf der steht hinter gepompt er hat gepompt alter spinnst du oh leck mich hier willst du mich verarschen ui jetzt sieg verstanden naja du darfst zu mir herkriechen eben doch und zwar sch achso ich dachte du bist schon down sorry warte bleib stehen bleib stehen bleib stehen oh mein gott der war daneben jetzt darfst du gerne du brauchst helfe wow ich bin irgendwie betäubt von dem von gas oder so aber ich nach links nach rechts schwank äh das ist ja ich bin kontaminiert ist geil arschloch au 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 ok äh alle schießen wir das arschloch das geht doch nicht haha ah wie das aussieht wenn die kugel meinen arschloch treffen die wohnung ist über ihnen warte 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 erzeuger des virus es muss hinweise dafür geben solche leute zerstören die beweise für ihre taten nicht gott sei bin ich mädig alla ja ja ich sage also gelb da brauchst du nicht anfangen mit der pump ja aber eigentlich wollte ich mal probieren hießen ihr scheiße ich glaube sollten wir mit munition auffüllen mich hier der kann sich gefressen oder ich hab die hälfte motion sein gesicht geschossen dann ohne vielleicht wurde sie auch geplündert aber kinderer suchen nicht nach dokumenten oder festplatten und wenn sie glück haben und er wird dort vorfinden bringen sie ihn mit dann kann ich ihm ein paar fragen so viel glück haben wir recht haben wir nie im sack hier ist noch was wird er noch träumen dürfen wie der voll ja wieder weg ok ja der platz gebraucht in seiner wohnung fehlen welche sachen ich hoffe sie haben was wir suchen es hat höchste priorität also schicke ich ihnen ein helikopter aber sie müssen das dach sichern bevor er landen kann was ist das hier die bude von einstein oder was ich habe so ein dummes gefühl dass gleich was abgeben wird ja mir geht dann ab da vorne sieht der rote punkte michi ich besuche mir mal einen ausblick punkt ok es geht los mann, mann, oh mann, oh mann! Und weiter geht's. Ich sag, dieses Ausblick, aus, äh, Ding ist da. Hä, war noch kurz. Das Dach muss gesichert werden, damit wir die Beweise ausfliegen können. Was für ein Muttermorganer. Oh, ich wär fast ins Loch gefallen. Oh, oh, keine Neustartzone, du weißt, was das bedeutet. Ja, analysieren. Au, okay. Kommt, da wird doch irgendwas sein hier. Ja. Hier brennt der Hurt. Ja, nee, da ist nix. Oh, ich hör schon wieder... Ja, ich hör auch so einen. ...einen Arschloch. Die dritten Stärkerlern. Oh ja, sind das... Ich geh ganz da oben, Michi. Sag, wenn du bereit bist, dann würde ich gleich mein Ding werfen. Dein Ding? Schmeiß mal Ding, es liegt. Oh, hier ist Loot oben, aber erstmal die Mission, würde ich sagen. Wobei, nee, komm her. Okay, du hast schon angefangen. Oh, ich schmeiß mal Ding. Nee, ich komm mal zu dir. Voll nicht. Da ist noch ein Stock, da ist höher. Eigentlich soll der Hubschrauber nur Material aus der Darkzone ausfliegen. Und zwar das stark kontaminierte Zeug. Aber in diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Oh, Michi, Scharfschütze. Ja, ja. Da kann ich mir die AKM ja mal angucken. Die... Wieder ein Stückchen stärker. Als in meinem G36. Oh, der hat gesessen. Auch nicht schlecht. Scharfschütze down. Mit. Was ist das für ein Helikopter? Unsere. Soll er die Klasse am sichern. Lighthouse, hier Bluebird 2. Sind bereit für den Fang des Pakets. Scharfschütze im Fenster. Ich halte meinen Sprich habe ich. Scharfschütze down. Danke. Soll ich dich heilen? Ja. Warte. Okay. Ach, Fies, da war ein Loch unten. Alter, Logen Scharf ist auf der rechten Seite. Sie sehen? Sie sehen man nicht. Ja. Scharfschütze down. Der hat doch nicht geschossen. Ja, haben sie. Eine Bankkarte sogar. Vorsicht gerade. Ja, für bei mir auch. Ja, für bei mir auch. Kommen wir nicht mal so weit. Der ist doch nicht scharf. Scharfschütze. Ja. Hoppla. Hallo, der eine Sniper rechts hätte einen blauen Sache gefallen lassen. Ich sehe nicht. Links. Du Fies. Du Fies. Du Fies. Du Fies. Ah, da ist er. Ja, ich sehe ein Köpfchen. Komm. Jawoll. Mach den Schläge. Headshot. So, gucken wir mal, wo ist es mal hier, oder? Obwohl wir auf den Tee gehen. So, noch gucken, was in dieser Kiste drin ist. Komm ich da irgendwie rüber. Ich will nicht. Oh, ich habe eine blaue MP5. Das wird definitiv meine Sekundär. Warte kurz. Ja, du, ich will auch halt da noch rüber. Ja, das wird definitiv. Da ist noch wieder ein Brandtyp. Und auch Scharfschütze. Alter, mit dem Rücken geschossen. Okay, warte. Ich komm, ich komm, ich komm, komm. Boah, hab ich kassiert. Ah, leck mich am Arsch. Der Scharfschütze hat mir gegeben. Ach, das ist ein Gelber. Ach, da fehlt einiges. Bleibt unten. Bleibt da unten. Einen Schuss und du liegst bei dem. Erstmal den gelben Arsch. Okay, der Gelbe ist down. Äh, der Ding. Ja, klick mal. Michi, der hat mich mit einem Scheißschuss gedaunt. Ja, ich bin down. Ich bin down. Ja, ich bleibe auf jeden Fall loben. Ich kann man nicht unterwiedeln. Alter. Ich glaub, der sterben jetzt. Wir haben noch zwei Minuten. Moment, scheiße. Warte. Da liegen blaue Sachen. Ich weiß nicht, wie ich den Wichser... Wie er der Typ aus. Ohr, leck. Warte mich hier, warte. Warte mich hier, warte. Ich hab mir jetzt zu 3000 in die Bresse gegeben, aber... Das juckt dir einen Scheiß. Warte ist noch ein kleinerer Gratentyp. Aber der hat nichts getroffen. Warum zeigt dein Kopf hier? Ich hab mir das geschafft. Kuck mal hier. Boy, mal hier. Boy. Mann, der muss sich geändert haben. Nein, komm mal hier. Nee, komm mal hier. Wer noch eine Minute geschafft wird, dieser gar nicht. irgendwie abgeben ich glaube nicht leck mich doch am arsch was auf das gibt's doch nicht ich bin da und der hat mich mit was weiß wie der schießt der wichser der quickscope du siehst das weiße und bist schon down alle das ist nicht sein scheiß ernst leck mich am ärmel ich habe ich habe ich kann nicht heilen wenn sie es dieser typ aller dieser scharschütze die härteste sauber was ich jetzt in dem spiel gesehen habe danke so komm zeig sie komm ok alter liegst du ne ne aber das war schon ein guter schuss von ihm oh jetzt hab ich ihm seine rüstung ist weg aahhhhhh oh god nein warte 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 bis du wieder heilung hast ey das ist nicht sein ernst oder wo ist der sauer wo ist der sauer ich habe kein multum mehr weis Rockefeller der macht 3 schüsse immer so 1 2 3 dann bin ich jetzt dran ahah ha 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 oooh geil 1 2 3 ich habe keine wohl so mehr das war's ich probiere runter zu laufen und unten zu holen ich bin grad ne kommen zu mir ich habe jetzt selbst für mich gebraucht wo ist denn die motions ist hier jetzt wirklich jetzt kriegt das aber ohne hier eingreifen wäre noch viel mehr gewesen aufgezeichnete arbeit level 14 sehr schön oder hoch bitte kommen ja wohl dann erst mal hier mich das gelber in gelber ist klar ganz schön kassierte was blaues habe ich gesehen hier wieder mal schicken wir ein blaues ich habe den bericht das ist das nix ist für dich 70er rüstung und eine 71er welche hätten die 70er oder 71 eine gibt 12 mehr in zähigkeit und eine mehr in fähigkeitsstärke was willst du denn haben zähigkeit wäre gut ich habe nämlich nur eine 52er rüstung ich kann es nicht mehr droppen weil es angelegt ist naja wurscht sorry dann kriegst die andere ach das ist doch wieder zum kotzen äh was passiert jetzt ja ich hab sie äh ja die ist definitiv ach ne video sequenz kommt echt bei mir nicht ich muss mal kurz die sekundärwaffe ähm ich war eben bei meiner weste und wollte die weste ablegen und nicht mehr mit dem ähm Schlüssel im Bull und er hat mir irgendeine datei die ich so ausgewählt und gezeigt keine weiteren Motte so was habe ich denn noch bekommen denn noch boah geist was krass ist 25er Handschuhe habe ich noch boah eine fette Pistole hä was ist denn das für ein scheiß warum kann ich z.B. meine SVD weißt was ein witz ist ich kann meine SVD nehmen ja und kann aber das ist doch ein schlechter Scherz ich kann eine grüne kann ich als sekundärwaffe benutzen ja mp5 aber ein mp5 in blau kann ich nicht als sekundär nehmen warum auf jeden Fall Sinn für mich ja für mich auch ja warum zur Hölle because fuck you that's why ja ich verstehe es halt keiner versteht das glaub mir warum kann ich die nicht nutzen oh ja jetzt meine 5000 AK ich check's nicht ja scheiß drauf ne 5000 AK ich hab ne 4700 mp ähm wusste du das Ding her das ja ja wusste du äh deine komischen wie das Video her gezogen ja irgendwie bin ich bei bei nicht Inventar gewesen sondern irgendwie bei bei ähm Updates oder Dosier weißt du wo und dann hab ich nämlich da Tablet abgedrückt was aber nicht der Fall war und trotzdem haben wir das Video abgespielt jetzt irgendwelche Beweise haben wir ja gesammelt ah ok ah verstehe hab's jetzt auch ja ja was passiert im Video hm ich hab's abgebrochen weil ich vorhin meine Rüstung hier anlegen mhm also wir müssten uns ja abseilen ich auch aber ich verstehe das nicht mit einem Waffe-Milchen das gibt mir sowieso nen Sack ich kann's dir auch nicht empfehlen warum hab ich ne blaue mp5 kann die nicht nutzen aber ne grüne äh weil du hässlich bist ah we 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 I'm Batman we 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 unter uns da haben wir nicht freigeschalten da kann man kurz ein bräuchchen und verkaufen weil die aufnahme noch nicht stoppen oder wollen sie mich absolvieren war daneben hier gezielt habe grünes werkzeug jawohl holen bonus ich höre von waffengeschäften bei den gleisen nahe der 45 west in klinton bitte um unterstützung wo ist denn diese waffenhandel da in die richtung wo ist denn unser headquarter hinter uns sozusagen aber wenn wir schon hier sind oh das lila ich sehe nur lila oh ja und jetzt wenn du nach dem bruch des mpw wächst mit so auf die gabe ja ich glaube das geld aus ihrem team braucht sofortige hilfe dann ich will ja die nicht aus jubi schrott einfach könnte nix ich sag mal steht da genau unter der ecke schrott oh der ist immer mal sauer da unten oh der ist hier unten wieder Turnschuhe für mich yes ja nur mir der schießt ja hier vor auf die katze übrigens naja der soll sich 1 mm herbewegen dann kriegt das eine heilung wenn nicht schlecht wenn es möglich ist dankeschön wo kann man denn irgendwie aus ja jetzt bist du am arsch und tschüss oh ich hab jetzt auch so ein lustigen scheißdeck wie du hier so ein mini mini cz 75 scheißhaufen hier ja baumaschinen akkuschrauber oh man ja irgendwas hast du gesagt im wagon ist was ok ich habe anscheinend er wollte mich hier recht hinterhüpfen und mich flankieren schon abgefangen warno feind kräfte näher in sich bloß welche richtung er provisierte sprengvorrichtung entdeckt oh man oh man ich glaube das wird nicht nur pinkeln da können sie was größeres das ist ein leader der vor mir ja wir kommen eine m44 karabiner ach das sind unsere jungs danke für die hilfe agent ab hier übernehmen wir das ist ein scheiß ja wenn es gar habe kommt dann gebe ich mir das besser angezeigt ok die macht aber 5600 schaden was ist hier los eigentlich ja ich habe jetzt ein gutes holster bekommen das erhebt meinen schaden auch ein bisschen hoch um 500 ok diesmal einfach mal ultra präzise auch das ist ja mal krank das ist eine ganz normale weiße die hat immer einen effekt was äh was denn gegner ich lauf grad gerade raus und denk mir das sind unsere kumpels weil ich auf zwei meter bei denen dran bin scan die und das ist ein gelber arsch vor mir ja das ist ein ja das ist ein ja das ist ein sniper der war nicht wirklich genau klar und weg mich hier der ist level 18 äh ja das ist äh schön vorsicht gratus äh das ist jetzt unwünsig natürlich wir sind gefickt mit oh gottes willen ich schieße einfach mal als blinde rein er ist auf dem scharfschutz bei denen ich vertraue doch da ja ich versuche den auszuschalten ja eine heilung wäre gütlich voll da steht unsere mates und helfen uns nicht oh gott ich sehe es auch krass schmeiß dich hin spring keine ahnung heilung nein warum bleibst du weg du spaß du bist ein experte ja jetzt bin ich down dauer mich an hallo 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 oh mein gott wir sind am arsch hallo 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 ja wir haben kassiert hallo du wolltest eh auch zu der Leute gehen ja aber nicht so hallo 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 lecker wir treten eines sicheren Bereichs ja ich sag nur mich hier da ist ein gelber diesen level 18 hallo hallo ey das war es nicht meine Schuld du hast einfach mal geheilt oh ja ich ich du bist bei mir gewesen ich dachte so okay jetzt okay jetzt kommt da ja komm wirklich raus ja alles ausreden natürlich nicht ich hab dich natürlich in absicht nicht geheilt weil ich will ja dass wir drauf gehen du bist einfach dumm das ist ein Problem hallo das hab ich einfach zu berechnen müssen oh lecker alle haben wir haufen scheiße hier ich hoffe ich verkaufe nicht mein eigenes Gewehr so wow ich hab äh 24.000 ja ich hab auch gut Kohle na dann müssen wir mal schauen vielleicht hat der ja die Schiffen ich muss kacken sogar oh ok dann hol ich mir mal ein neues Bierchen ja also dann machen wir jetzt raus oh ja das brauchen sie hm ne ich lass laufen ok muss die Leute unterhalten ja die Leute ich hab auch die nicht fliehen konnten einfach zurückließen um sich alleine durchzuschlagen wer ist dort geblieben wer ging hinein um seinen Vorteil zu suchen wer kontrolliert diese Terra Eccognita diese tiefste und dunkelste Insel inmitten unserer Stadt all das bleibt unserem Auge verborgen derzeit sehen wir durch ein Glas undeutlich verschwommen wir wissen gar nichts und was mich um den Schlaf bringt was wenn das Glas ein Spiegel ist wenn irgendwer da draußen Informationen aus erster Hand hat was zum Teufel in der Dark Zone abgeht dann soll er es mir bitte sagen was darf es denn sein ne willkommen im Dschungel so da sind wir wieder zurück meine meine lieben Zuschauer ähm Agent Sie leisten ausgezeichnete Arbeit das erinnert mich an meine eigene Arbeit ich hab mich richtig in die Rolle rein versetzt also kann ich den Stolz auf Ihre Leistung total nachvollziehen das haben Sie wirklich großartig gemacht 45er ja wir haben gerade richtig auf den Arsch bekommen wie ihr gesehen habt und ich würd sagen wir legen uns mit denen Kollegen nicht nochmal an hmhm ne 586er Mecken was ist denn das für ein Kaliber Alter will sie mich eigentlich verarschen hmhm ne AK natürlich wird immer kein Scharfschützengewehr wir sehen uns was gibt es denn so an Missionen ähm Alter gibt's hier viele Missionen Was ist das? Wir nutzen, um sich an einen Zahn zu tun. Sterbeort. Es gibt noch viel zu tun, Agent. Falls du es lebend hierher zurückschaffst, haben wir eine Kleinigkeit für dich. Und falls nicht, wüsste ich auch schon, wem ich sie sonst gebe. Ich sehe die Sache praktisch, das ist alles. Over. Oh ja. Wenn wir nicht dafür taugen, dann halt weinandern. So, wir sind da hinten. Okay. So, wir sind hier. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Warten wir mal auf den Kacker. Bis der mal fertig abgeseilt hat. Die Pistole. Den Akkuschrauber. Den Akkuschrauber. Es gibt noch viel zu tun, Agent. Falls du es lebend hierher zurückschaffst, haben wir eine Kleinigkeit für dich. Und falls nicht, wüsste ich auch schon, wem ich sie sonst gebe. Ich sehe die Sache praktisch, das ist alles. Over. Das ist noch besser. Das ist noch besser. Das kommt von jetzt. Hey. Hey. Spawn, äh, tippe dich mal zur Operationsbasis. Warum? Weil da Haufen Nebenmissionen sind, also mit denen Spaß, die brauchen wir uns nicht nochmal anlegen. Die sind vier Levels über uns. Aber. Die Tatsache, dass du nicht tödlich verwundet und bei neun. Wir wollten eigentlich das Safehousees nach oben holen. Das war das Problem. Ja, eben. Das war das Problem. da bist du noch dort im safehaus ist ja ja ich war da auch jetzt bleiben stehen ja genau und dann gehen wir in der stadt bericht diesem einem spaß dann kriegst xp ich habe uns eine schnelle mission geholt ja weil da oben da die safehaus da oben das krieg jetzt eh nicht unten ziemlich laut der nebeneinsätze freigeschaltet worden durch unsere exaktion und zwar ist es denn du genau bei diesen anderen base so ich wollte auch die pump gun war noch so und dann treffen wir uns bei der cavern wenn du fertig bist ich bin so fertig wo treffen wir uns der cavern safehaus weil da gibt es drei verschiedene ding nebenmission ich warte auf dich ja da hinten da da haben wir keinen da unten bist du schon da hinten haben wir kein land gesehen alter wie schnell wir uns ja ich finde es immer noch krass die seine scharfschütze der gelbe der war so kraske fast geschafft nee den meine ich nicht mein dir was uns dem was wir gefickt haben aber der uns erst mal richtig nacheinander gelaunt hat einer mannen von du hältst du wenigstens noch ein schuss aus ich habe bei mir war ja nach einem schuss mein gott ist das für ein scheißzeug hätten sich doch schenken können zum blödsinn laufe hier so endlich sind wir hier sie entfernen sich aus dem sicheren bereich so erst mal kurz ok safe missionos so wir haben drei missionen also das ist die erste da die markier ich mal siehst du die zwei jrten da geradeaus soll ich den dicken machen ja ok aufwärts und gewinnt naja so und zwar da ist neben mir so oder da haben wir uns das gedroppt hä warum die mission da unten wo bin ich jetzt oh gott ey neben mir so in diesem safe house hier ist ein handy wo von mir neben mir so in diesem safe house niemals oder 9-1-1 um welchen notfall geht es quatsch ich bin's jen ich bin gerade beschäftigt hinterlass eine nachricht dann ruf ich zurück peace hi ich bin's noch mal ich möchte dass du dir was anhörst pass auf es sind vögel jen nach neun jahren hinter gittern ist das so unglaublich erfrischend ja muss jetzt los noch ein paar weihnachtseinkäufe erledigen aber keine sorge bald siehst du mehr von mir ja weißt du noch wie ich immer gesagt habe nicht mal der knack könnte uns trennen ach und ich bin deinem freund begegnet er sagt hi peace nebeneinsatz ist unter ethisch das war doch beim safe house zum dreck oder ja wollen wir jetzt nochmal hinlaufen oder nicht na machen wir was gescheit der ist da wir haben eine wortwörtliche manifestation negative energien aufgespürt wieder voraufzeichnung die antennen haben eine fehlfunktion sie wurden wohl sabotiert oh michi das sind gasarschgeigen und vielleicht etwas hilfe auf physischer ebene hier ich zeig dir mal das da schau mal wahrscheinlich sind auch zwei äh dann machen wir erstmal die zwei würde ich sagen ja hier was schönes für die beiden die werden sich die werden sich ein Loch im Bauch freuen warte und so hehehehe hehehe 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 oh Allah guck mal die brennen jetzt schau mal siehst du was ich meine die machen nicht viel damage absolut recht und die reichweite ist gering aber Allah die sind jetzt gestorben weil sie angezündert wurden ja auch nicht hehehe so und hier sind noch mal die Idioten so und die freuen sich jetzt auch gleich aber kurz welche wirst du meine beiden übernehmen wie weit ah guck mal wie weit ich werfen kann hier kennst du den schon hehehe du bist doch besser oh 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 die granate und tschüss jetzt wird geknallt ja die haben jetzt echt auf den sack gekriegt ja aber was ist denn so daneben zehnmal äh ach irgendwas hier ach hier guck mal Oh ja Hier, ich darf was drücken Ähm, ja dann Ja, Scharfschütze wieder mal Ja Das ist auch ne Ska Wie kann man eigentlich die Ansicht prüfen? Bitte? Achso, keine Ahnung Wie kann man das? Ich übernehme die Kontrolle Läuft weiter, bitte warm Achso Ah, nun Feinde in der Nähe Das war falsch Okay Ja, die haben scheiß Schutzanzug Das ist vor allem Alter, bist du krank Was machst du denn da oben? Flackiert von hinten Von hinten Damit haben sie nicht gerechnet Äh, Kampfmaske? Ich hab nen Rucksack bekommen, oder warum? Ja, ne gute Ich hab sogar ne gute bekommen Also, kann man nicht schimpfen Doch Wer will was von mir So Dann Wir haben Meldungen erhalten, dass eine Gruppe der Cleaners unter einem Anführer namens Axel Wallace die Gegend unsicher macht Bitte manifestieren Sie diese Monster eine Kugel direkt in seinem Schädel Entschuldigen Sie meine Wortwahl Das ist schon mal ne nette Mission, oder? Äh Wir sollen Wallace McRomit töten Warte, hab kurz hier gerade ne Mail bekommen, bla 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 Weckt mich doch am Arsch, wie sieht's denn damit aus? Oh Hallo Na, was ist das Gate? Ja, die wischen seit Ewigkeiten, weil wir süchtige Typen sind, die nichts tun am ganzen Tag Gate Und wie geht's hier? Ach, alles gut So Okay, hier rechts sind welche Wo, 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 wo ich hin? Ja, hier, die Mission, ich hab die Mission markiert Ich find's komisch, dass, obwohl du du Host bist, mir die Mission nicht angezeigt wird, das war doch letztens doch so Host, Host Ah, hier, Dash Ah, ne Dash Ein Scheißdreck ist das irgendwie Ja, same, same, same Warte, ich hab ja jetzt echt, lass mit den beiden hier, du löst ja echt an den beiden vorbei Links und hier Oh, oh, oh Okay Macht er schon Bauer, bald, da schon er Boah, Alter, hast du das Geschütz geschmissen, oder? Nein Hast du das Handy hier gesehen? Es hat geklappt Wir haben drei Zauben in diesem Käfig-Dings auf dem Dach gefangen Super, ich bin nur in 20 Minuten wieder da, dann zeige ich dir, wie man rupft und ausmämt Das mach ich nicht Wenn du Fleisch essen willst, schon Oh, ne, schäme Hast du Sinn? Wenn du mich gezwungen hast, das blöde CSF zu lernen Du brauchst Gummihandschuhe, ein Küchenmesser und eine Schere für die Flügel Oh, mich hier ist ne Bombe Geht das auf dich? Wohlsteiglich Daumen gefangen sind, sie gefressen, ne, schmeckt sie Der hat unser Heck geschaut, der hat voll in die Fresse gekriegt, Alter Ohne es zu scopen, einfach so Quickshot-Farm, Alter Wollte mir den Wettbewerbläufe gegeben, aber du warst ne Starke Wollen wir mal kurz, warte, warte, warte Warte, warte Kommt einfach nur näher Was ist das denn, was machen die denn da oben? Wollen King Kong Also ich find den Flammen einfach mega geil Mega geil Ja Der ist durch Der ist gut durch, ja Der Brutzler vom Wiesnhof Oh, hier, schau mal Ja, ich weiß nicht, wo wir hinwissen, folge ich dir jetzt einfach mal Ich gut mach von dem Spiel, dass man nicht sieht, was der Host sagt Du hast immer noch kein Missionsziel? Nö Jetzt fühlst du es, weil ich reingelaufen bin, sozusagen Okay Ja Aha, ich glaub, diese Missionsziel wird nicht einfach Nee, aber das sind Level 9, glaub ich Ja, warte Was zur Hölle machst du da schon wieder? Nichts Schändelst du Leute schon wieder mit dem Kränenfuß? Ja Mit einem Kränenfuß Mit einem Kränenfuß Mit einem Kränenfuß Mit einem Kränenfuß Wenn ich es mal sehen würde Ah, jetzt habe ich es hier Ist der vorne irgendwie? Ja, hinter den scheiß Kartonagen Au, eine Heidung werde ich schlecht langsam Du musst du mir sagen Ohohoho, dein Geschütz ist aber auch lustig Ja, stimmt Dein Geschütz kann keine Kartonagen Alter, der fuck knapp, der krepiert Ja, ne, ist kein Problem Hahaha Ich habe ein Handy hier Geil Ich habe das große losgezogen Was? Acht Säcke Kenia Doppel A Grün, trocken Können nicht älter als ein paar Monate sein Kaffee Boom Bist du irre? Ist Wahnsinn, oder? Ich habe auch einen gasbetriebenen Röster Du liebst doch französische Röstung Wie viel Röster hat du? Hat nichts gegeben Michi, gar nichts Ich bin gleich da Das ist ein Schwein Cool Schwein Wir müssen hier rein Glaub ich zuerst Ah, war das gar nicht Axel Willis? Nein, nein, wir müssen den Lieutenant erst mal ausschalten Und dann ist er dran Achso Axel Schweiß Achso 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 Axel Willis Also Axel Schweiß Das ist dein Lieutenant Oh Mann Und Axel Haar Ja Oh Ja, das Mutation hast du aufgefüllt? Ja, Axel Fox Ich habe eine Kerze angezündet Ja, ich höre es Ich habe das Ding angezündet Ich habe das Ding angezündet Er konnte auf mich zugelaufen Ja, lauf weg du Arsch Mann Ich kann nicht schmecken, was du vorhast Du musst schon sagen, dass du dich einst Aber so geil Ich sehe nur, wie er angezündet ist Aller und rett auf dich los Ey, wie krass ist das denn Wo müsste es eigentlich hin? Ähm, wir müssten da wieder Junge Hier ist doch bestimmt was in den Waggons Das kann nicht sein Ah, da ist, da ist der Dash Ja, ein Scheißzeug Immerhin Achso Explosivgeschossen, ich gerne Explosivgeschossen Das auch Ja Ja, wenn sie inszenieren Oh Gott Ähm, da oben ist ein neues angezeigt Schau mal, wenn die Rolltreppe hier hoch geht Hier ist die Rolltreppe, pass auf Ich will mal aber andeuten Hey, äh, New York ist nicht sehr rollstuhlfreundlich Ne, das nicht Keine Stadt der Binnenden, wie Berlin Oder irgendein anderer Schwuchtel Aber der ist geil, ey Die sind echt schlechter Verlierer Die haben das Brutgewehr weggeworfen Oh, what the fuck Horses? Ist das überhaupt richtig? Ja Ja Doch, ja, ja Ich ja Da wird, oben ist nichts mehr angezeigt Doch, hier, Exel, Exel, Schweiß Helfen Sie uns Das sind die Skinderböller Oh hochgehoben da kommt neuner ich weiß nicht ob das der richtige Bereich ist wo wir sind Schlüssel absuchen das ist ne Nebenmission, wir sind wieder falsch ja, wir sind wieder rausgelaufen irgendwie der steht auch hier ja hier hat Schultz, aber wir wünschen den Schlüssel finden da ist ein Hund, der von links nach rechts läuft die ganze Zeit der ist auch nicht mehr ganz sauber anscheinend ich hab den Schlüssel hast du nen Schlüssel? ich hab den Schlüssel ich hab den Schlüssel den Schlüssel zu meinem Herzen schwul ha ha aus dem Weg hehehe danke Division ich will nur gar nicht vorstellen was aus den geilen oh leck was ist denn das? kugelsichere Anschuhe das Ding wenn ich als blau hätte ein M44 Karabiner Präzisionsgewehr leck mich am Arsch ne danke so du hast recht aber wo ist denn hä? hier Kopfgeld, Axel, Schweiß ne der zeigt es mir an hier auf der Karte ich hab's aber nicht, das ist das Problem ich wo vor wursch der zeigt es mir hier an dieser Axel, Schweiß wir müssen nochmal wahrscheinlich rein ne oh was ist denn das für ein Ort äh wir müssen die Straße entlang oder nach rechts ich hab ein Handy hier ist deine Mutter hier ist ein Handy ich hab deine Nachricht erhalten und ich weiß es mein Schatz schon lange und es ist okay was du auch tust ich werde dich immer lieben aber Rene ich seh die Nachrichten und mach mir solche Sorgen um dich du musst jetzt stark sein für dich und Julie ihr müsst aufeinander aufpassen ich liebe dich Rene ich liebe dich Rene ruf mich wieder an oh man hier geht's ab ja der Michi scheißt sich hier nix ja der Subtile so du bist nicht wieder runter ja du musst grad auslaufen und dann hier rein ja genau ja zeig das dir doch an ja ja ich hab's ausgewählt jetzt alleine Axel Willis aller das ist Bruce Willis sein dummer behinderter Bruder ok schon wieder zwei Lieutenant sie haben noch welche gekillt hey Bruder ich hab einen Granatenwerfer yippiey auch Schweinebacke hehehe 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 leu ich kann leu ich kann wo alter wo alter ja die schreien nicht aus Freude alter das sag nochmal das scheiße ist das Axel? hier ist einer seiner Lieutenant ok also irgendwie ist die wieder da der Gegner wir mit dem ist geklatscht haben wann kommt dann gerne ran an weißt es nicht erstmal kommt der Sisterfester waffenteil in die eigentlich waffenteil in die eigentlich hab wir schon aufgenommen oder ja Achtung Achtung hier spricht der Captain der MS Niveau wir sind ja hey komm wir gehen in den Kreis gell ja und das ganze diese Lieutenant wenn wir da waren wir das Gebiet verlassen haben und alles also Neo festgemacht haben braucht nix oh oh scheiße ich glaub das ist der ja da ist der Summer Lieutenant also ne ja Long Lieutenant weniger tschüss haha oh oh der macht einen Handstand ne hallo wenn des mein Lieutenant wenn er gott bis gleich äh die haben nichts gejobbt gar nix und jetzt müssen wir wieder zurückgehen schau jetzt fahren wir wieder zurück ach wir hätten nicht die U-Bahn verlassen dürfen anscheinend so komisch der ist schon wieder im Chat los bei uns mit Jessica in der Basis reden ja who the fucks Jessica hä da oben da stehen oder die weil ich halt noch Axel Wallace neutralisieren in 50 Meter ich auch ja aber wir hatten gerade Axel Wallace Lieutenant mit dem mit Leben also die Leder zeigte euch mit einem schon angezeigt von ihm äh ja mir auch Ich glaube aber, dass der nicht witzig wird, Michi. Hä, aber das sieht so aus, als er ist irgendwie unten. Ja, hier. Ja. Ja, passt, danke. Ich werde es wieder hochgehen. Ah, ja, okay. Oh, ja. Okay, okay. Da ist er, ja. Einmal. Okay, wie krass ist der? Ist das nicht fett da? Ein gelber halt. Achso, schon einer. Er hat einen stärkeren. Der ist eh noch alleine. Komm. Oh, jetzt kommen wir mit der AQ. Er wird hier ewig Zeit. Weißt du was? Er ist eh gleich down. Oh ja. Aber echt. Das Geschütz macht ihn. Wir sind äußerst glücklich, dass Sie die Cleaners aus dieser Realität transzendiert haben. Frieden und Segen, Agent. Seien Sie die Veränderung, die Sie in der Welt sehen möchten. Arbeit der für einen Scheiß. Ich bleibe da scheiße geweckt. Ich habe meine Maske nämlich ein bisschen verstärkt. Ich brauche wieder was für Zähigkeit, weil ich liege so schnell im Boden. Ach, guck mal, was hinten ist. Gist du blöd? Ja. Gist du blöd, aber mit Scheißdreck. Ja, wir müssen... Oh, Kugel ist hier schoner. Deutlich stärker. Man kriege hier so einen geilen Schritten momentan und du gar nicht. Weiß ich nicht. Ich habe einen Karabiner bekommen. Das ist ja ein schönes Strafschützengewehr, aber... Alter, das ist jetzt... Mit Feuerkraft zwischen... Mit 235 Feuerkraft. Wie 235 Feuerkraft? Also dieses Attribut, Schusswaffen. Ah, okay. Ähm... Was? Wahnsinn, ich habe 108. Okay. Und 206 Ausdauer. Dafür halt in Fähigkeitsstärke zugesetzt ist gar nichts mehr. Also ich habe Zähigkeit 198. Und Fertigkeitenstärke habe ich 216. Ich habe 87. Ja, aber primär Feuerkraft, aber ich habe Schusswaffen 108. Das ist ja mal richtig kacke. Und mache trotzdem 6000 Schaden. Ja, du brauchst weniger... Weil du hast ja gar keine Fähigkeiten, die Schaden machen. Also kannst du da... Nee, hab ich nicht, ja. Das ist ja gut bei dir. Du brauchst die ersten beiden Slots eigentlich hier. Ja. Ja, warte mal kurz. Dann switche ich meine Dinger noch schnell um. Meine... Mein Halfter. Ah, okay. Schö her. Jetzt habe ich die Halfter dran. Jetzt habe ich 149 Schaden schon mal. Also Schusswaffen. Ja, weil das ist... Ich brauche schon ein bisschen Durchschnitts von allen drei Sachen. Jetzt gucke ich mal. Die Rüstung habe ich schon. Wie sieht es da aus? Oh, plus sieben optimale Reichweite. Da muss ich schon mal gucken. Was habe ich denn hier dran? Ähm... Okay, acht optimale Reichweite. So. Willst du einen Break machen, oder? Ja, wir können schon gleich weiter machen. Okay, machen wir weiter. Wir haben was überhaupt. Ja, ich glaube es. Welcher Einsatz willst du machen? Jetzt darfst du einen aussuchen. Such dir ansonsten. Hier gibt es unten in 400 Metern gibt es den Nebeneinsatz. Oder... Wir können aber auch, äh... Die Dark Zone decken. Fick dich, da gehe ich nicht rein. Noch nicht, nee. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, also irgendwie müssen wir uns doch ein bisschen nach dem Norden durcharbeiten. Fast schon so. Schau, wir machen dieses Safehouse da oben. Ganses Run. Das hat einen Kilometer und alles, was uns unterwegs uns begegnet, das hat auch gemacht. Das heißt, wenn auch jetzt von hier oder oben. Ja. In welches Safehouse willst du? Wo willst du es denn? Nein. Welches? Antum's Hope. Das ist, wo wir gestorben sind. Das hier. Camp Clinton. Also Dante ist dran. Ja, okay. Da möchte ich hin. Ein Kilometer zu laufen. Ja, mei. Na, dann? Unterwegs alles abfacken. Ist alles cool. So, wie kommt man hier am besten wieder raus? Da ist er aber. Ja, 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 ja. Also, ohne den Navi wärst du hier echt aufgeschmissen, glaub ich. Äh, hier sind Gegner. Ja, die kriegen schon wieder gleich Freunde. Alter, die sind ja überall. Okay, 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 okay. Oh, ist ne Sauer auf mich gewesen. Komm her, komm her, komm her. Fort, bleib da stehen. Komm hoch und bleib stehen. Okay. Und jetzt bleib stehen, bleib stehen. Alter, ich kann mich echt nicht drüber hangeln. Oh, Scharfschütze. Voll angenehm. Irgendwo sind Scharfschütze. Ich sehe ihn. Oh, leck mich am Arsch. Jetzt ist er weg. Alter, mit was hast du denn denn weggeholt? Ich hab ne SKH mit 6000 Schaden, da gibt's nen Heller. Und Samu auch. Okay, 7200 Schaden macht das bei mir. Krass. Weil ich so viele Schusswaffen habe jetzt. Jetzt. Ich hab' nicht mehr. Ich brauch' langsam mal echt fünftiges Gier. Also meine Waffe wär' jetzt ja nicht so schlecht, aber... Da rein? Ja, man kann hier rein. Hier ist doch was. Ja, hier ist was. Einmal blaue Elektronik. Einmal grüne Elektronik. Oh, hier nochmal Elektronik. Kraft'n, können wir uns mal wieder versuchen. Und zweimal blaue und einmal grüne Elektronik. Das sag' ich nicht mehr dazu. Ja, wir haben äh... Wir haben sowieso Blaupausen bekommen. Etliche. Kann mal reinschauen, ob da irgendwas dabei ist, was uns interessieren könnte. Keine Bedrohung. Ähm... Ah, wir müssen in die andere Richtung, sorry. Eigentlich zieh mich Richtung Norden jetzt. Mit Jessica Candle in der Basis reden, wie sagen sie? Ja, das können wir auch schwer machen, weil das können wir auch porten sozusagen. Und Talent nicht zugewiesen. Was heißt das Scheiß? Du hast ein Talent? Ja, sagt mir, mir Talent nicht zugewiesen, aber... Ja, wir haben nicht ja 15, was will das denn? Eben, haben wir nicht. Talent. Oh Gott, die Idiot hatte gar kein Talent aktiviert. Jetzt wollen wir die Munition ausgegangen, so schnell. Das macht mich fertig. Oh, ja. Ich muss mal schauen. Ja, viel Spaß. Komm, zeig dich. Ähm, hier rechts zur Näche. Moment. Ist das schön? Oh, lass mal, es ist bloß spannend. Ich hab keine Bock mehr Flammen der Fall. Echt? Jetzt schlecht. Muss ich ganz echt zugeben. Ich hab's einfach gehört, dass das Ding stärker ist. Ich glaube, man sieht welche. Was, was ist das da drauf? Zwölffach, oder was? Ja. Oh, hier links. Das konnte mir jetzt das Bereich... Komm nicht hin? Ja, hier. Willst du da reinschauen? Schauen wir rein. Ach, da waren wir doch, oder? Ja, da waren wir. Oh, Gegner. Oder doch nicht, nee. Ah ja, hier waren wir, ja. Dann wir am Sack gerietern. Der Zeug ist immer ganz unten. Okay, alles sauber. Soweit. Kann man, äh... Was ist denn Allgemeinschat? Unten links, weißt du das? Drücken muss. Ja, Z, glaub ich, oder T. Wir trollen. Hm, Michi? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Da kommen Idioten. Ja, gleich, gleich, gleich. Tastenbelegung. Chat hier. Chat, chat, chat. Chat, chat. Oh, shit. Oh, shit. Oh, yeah. Burn, motherfucker. Ah, ja, sehr schön. Passt. Ich war ja nicht zugewiesen. Hier schon ist... Äh. Rechts ein paar Punkte aufgetaucht. Ja, dann besuchen wir die doch mal, oder? Hätte ich gesagt, ja. Ein paar sind da. Ja. Oh, was hast du getan? Ja. Boah, ich auch. Au. Ah, fuck you. Ab. Oder ich schälen. Die Nationalgast. Ich kann nicht sagen, aber ist dir aufgefallen, wie viele Homosexuelle hier rumlaufen? Was heißt, nein? Ja, bei den ganzen Aufnahmen irgendwie, der eine aussichert schwul, die andere sagt ja hier, Baby zu einer Frau, also ich meine ja bloß, also. Ja, 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 schon. Ja, ja, schon. Ja, ja, schon. Was gibt's bei dir eigentlich? Da waren nur Sachen, also Stoff drin. What the fuck? Stoff. Ja. Und Schnaps. Mal kurz schauen. Ja, super. Grüner Scheißdreck. Grüner Scheißdreck. Ja, weil wir einfach zu hoch vom Level sind schon. Grüner Scheißdreck. Schau mal, da geht eine Patrouille von unseren Jungs vorbei. Und jetzt, schau mal, die schießen sie aber die anderen auf die Patrouille. Die holen sie schon. Ich glaube einfach, das ist die... ...leckt mich am Arsch Einstellung. Ja, das ist... Äh... Die anderen machen den Stund. Das ist... Guck mal... Was ist denn hier los? Du hast schon eine Party gefunden. Ja. Oh! Äh... Ja, die Flamen. Dann gehen wir bestimmt und sagen, äh, 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 das ist ein Schaflix irgendwo hinten. Alter, rechts sehe ich gerade. Da aufpassen. Da hängt ein Messer. Oh ja, stimmt. Da ist er. Oh, net. G-36. G-36. Ah, wir waren schon hier. Weil hier ist eine Kiste, die wir schon genüttet haben. Yay! Ne, Vektor. Ne, da sind sie, unsere Freunde wieder mal. Ja. Useless as fuck. Ja, ohne Scheiß. Ja, was macht denn der da? Machst du das Auto oder was? Ich hätte nichts dagegen, sie immer Mitarbeiter haben. Ja, wir wollen dich aber nicht dabei haben. Ne, weil du schwarz bist. Das auch. Aufgepasst. Äh, vorne angeblich. Ich war jetzt noch 200 Meter. Ja, vorne sind welche Punkte. Hä, wer hat das gesagt? Geht los! Oh, leck. Oh, leck mich. Level 13. Jetzt wird es interessant. Oh! Da ist ein Schwerer im G-Tüb da. Ja, den habe ich gemerkt. Oh, leck, Lumio. Ey, von hinten sind die Anschossen. Wischt euch nicht ein, Level 9er. Oh, hier ist ein Face. Ah, ich habe eine Sniper bekommen. Eine Sur plus SVD. Die habe ich, glaube ich, stärker angezeigt. Das will ich mal sehen. Ja, Sur plus SVD habe ich auch. Ja, muss mal ganz kurz gucken, okay? Ja, ja, guckst du. Guck ich weiter. Guckst du weiter. Ja, gut, wie macht er bei mir? 6700 Schaden. Ich weiß nicht, was sie da sehen, dass sie stärker sein sollen. Was macht er bei dir? Ja, gut, 6700. Das heißt, wenn man abzuhnt. Die macht bei mir aber auch 6... Meine macht bei mir 6700. Dann ist deine deutlich stärker. Weil du hast ja weniger in Schusswaffen. Weil ich 149 habe, ja. Genau. Alter, wie stark deine Mann hinten ist. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall fühlt er sich dann größer an. Ich will sich selbst feiern. Du Spack. Wohin gehst du eigentlich? Keine Ahnung, das sieht hier irgendwie nach aus, als wenn es hier irgendwo was gäbe. Was für eine sagt Bescheid. Ja, das ist jetzt nur Scheißdreck. Hier ist nicht mehr Scheiße, Sir. Aber guck mal, hier. Ja. Ich habe eine Trittleite gefunden. Boah, das ist echt hochklettert. Leck mich doch. Oh man, warte mal kurz. Ach Gott, das will nicht. Ich muss wieder runter. Ja, ja. Aua. Aber ja, weil hier ein Scheiß-Handys. Du musst einfach kommen. Was ist so toll an dem Laden? Oh mein Gott, das ist unglaublich. Es ist wie in einem Krankenhaus. Man sitzt im Rollstuhl und trinkt aus Infusionsfläuchen. Und das Essen bringen sie dir haltig fest in Däpfern. Und das, wo alle diese Grippe kriegen? Das ist doch das Geschmackloseste überhaupt. Mann, du bist so eine Spaßbremse. Oh Mist, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Wenigstens esse ich nicht aus Däpfern, Bitch. Mua. Muss ich ja rüber zu dir. Das sieht mir auf jeden Fall komisch aus. Was zur Hölle ist das denn, Mann? Machen wir die Sau, Mann. Das sieht aus, als hätten wir hier einen Rollstuhl-Clan gefeiert. Was? Ja, wirklich. Das ist kein Witz. Magst du einen Ex-Mann dabei anscheinend? Wo? Bei der Rollstuhl-Party? Ich weiß nicht, was das jetzt sein soll, Mann. Was soll denn das hier darstellen? Irgendwas muss doch gut sein hier jetzt. Komm. Ich kapier's nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht kommen wir, dass es fett ist, dass es ein Missionsstil, deshalb sieht es so komisch aus. Ah, hier ist ein Handy. Das hast du schon aufgehoben. Ja, ja. Ja. So, dann gehen wir mal zum Safe-Haus. Wenn du ein bisschen gerne ausgehst, hinter diesen Zäunen, müsste noch ein Telefon liegen für dich. Die Absperrung da. Ähm, wo war das? Genau, hier und dann links. Kein Schweinebraten? Weihnachten ohne Schweinebraten geht gar nicht. Kein Schweinebraten? Kein Schweinebraten. Wie wär's mit einer Pizza mit Würstchen bestellt? Wenn ich scheiße, war das nochmal. Ich glaub, das war sogar aus Ding oder aus, äh, Drawn Together, ja. Entschuldigung, Sir, ich kann mich nicht erinnern, eine Pizza mit Würstchen bestellt zu haben. Scheiße. Ja. Das Würstchen bei mir. Jetzt pass auf, jetzt finden wir klar was. Ja, bitte. Hier kann man interagieren. Achso, das ist das Safe-Haus. Hab ich hier nur ein Telefon. Irgendwo. Oh, Mann. Äh? Ach, hier ums Eck dann wahrscheinlich, oder? Ja. Ballon! Verlassen des sicheren Bereichs. Ich hab die Farm gekauft. Was sagst du? Hä? Ja. Sie betreten einen sicheren Reich. Er hat ne Farm gekauft, alles klar? Ja. Ich bin ein Farmer. Sie sind der Division-Altent, oder? Ich kann's schon sagen. Verzeihen Sie mir bitte, dass ich so direkt bin. Sie sind ein Farmer. Aber Sie sehen abgefahren aus. Also, Sie sind natürlich abgefahren. 30.000. Was kaufen, ey. Schau, was irgendwas Schönes gibt. Sehr kaufen. Sie sind die Information, die ich sagen. Ich melde mich, wenn ich etwas für Sie habe. Übervor, oder? So, jetzt machen wir mal kurz Break hier. Ich mach Aufnahme Stopp. Na her? Wer hat sich hier dann zum Aufnahmeleiter? Meine Kunden waren immer zufrieden. So, Aufnahme Stopp. Oh fucker. Okay. Oh.